Okay, das eine können wir sowieso nicht weggeben. Alter. Mhm, mhm. Das ist zwar beides halt zwar geil, aber ist super, super. So, da drüben haben wir anscheinend auch noch was. Mhm, ist okay. Der ist okay. Na gut, ich würde mal sagen, ich tue einfach mal aufverwerten. Ich schaue noch ab und zu halt vorbei, was der könnte, was extrem geiles sein. Schaden angebrochene. Ja, der ist halt wieder die Frage, wann schaue ich das wieder. Also viel war jetzt nicht dabei, wo ich jetzt sage, boah, die, maschallah, etc. Aber es gibt schon gute Sachen. Es gibt wirklich gute Sachen. Ich würde sogar das ein oder andere sogar austauschen. Dass die mit denen vielleicht, sie sagt, oh, das oder das. Damit sie das vielleicht auszahlt, dass wir mehr auf Richtung Heilung gehen. Amulette war eh nix. Und bei den Ringen habe ich immer doch gehabt, so, wie wir es. Bin mir da doch noch ein bissl. Ja, so wie Schau es auf Gefrieren oder am Feuerschaden, Luftschaden. Hebe ich für alle Fälle auf. Für die jeweilige Trophäe dann. Ja, kann ich weggeben. Ja, unersetzbar. Unersetzbar. Aber ich gebe das ein oder andere dann doch noch, lasse ich noch da, was die für die Trophäe. Keine Wissen. Aber man muss ja hier wieder hunderte Gegner mehr machen. Das dauert, das dauert halt einfach. Ja, da gab es wirklich etwas Gescheites, wenn wir sagen, in Richtung Waffen mäßig. Ich hoffe, dass ich einfach nur extrem viel Elektrum da jetzt rauskriege. Hoffe ich mal zumindest, damit sich das wieder richtig schön auszahlt. Das dauert, das dauert, das dauert, das dauert. Da müssen wir ein bisschen was tun. Da müssen wir ein bisschen was tun. Okay. Wir haben eigentlich relativ viel Geld. Wir haben relativ viel, viel Geld. So, das war scha- Ah, das ist eh das mit dem Gefrieren. Natürlich, das einmal kurz verzaubern, weil ich gerne wissen möchte, was dabei rauskommt. Noch zusätzlich. Okay, Shield-Schaden, was kommt noch? Niederschlag. Zahlt sie nicht aus, zahlt sie nicht aus. Das ist natürlich extrem heftig. Also warte, nicht das, sondern das. Ich tue es einmal verbessern. Ich tue es einmal verbessern, ohne dass es jetzt wirklich, wo du sagst, so viel wie jetzt unbedingt verlieren. Und gehe jetzt... Da haben wir sowieso nichts mehr, dann gehe ich halt in Richtung. Ja. Oder, nein, gehen wir noch auf den Glücksbringer. Gehen wir noch auf den Glücksbringer ein. Gehen wir noch auf den ein. Passt, ja, mehr kann ich da auch wieder nicht machen. Scheiße. Ja, dann Bayern Amulett. Vielleicht geht's ja beim Amulett was aus. Jo, Gott sei Dank. Ah, Banner Ladegeschwindigkeit, fuck. Ich will es wieder nichts gut rauszukommen. Schmutz, schmutz, die... Fertigkeiten haben wir eh. Passt, haben wir es gemacht, haben wir es gemacht. So, dann würde ich sagen, auf ein neues. Dann können wir eben nur noch einmal. Und dann müssen wir eine andere Mission erledigen. Natürlich der Kaffeechimus sein. Weil dann werde ich in die eine oder andere Richtung gehen, wo man dann die... eine oder andere Sachen kriegen für die Upgrades. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber ich konzentriere mich da in dem Fall dann einmal auf die Stangenwaffe. Achso, ja, das mit dem Einfrühen könnte ich eigentlich jetzt auch dann schon erledigen. Das mit dem Einfrühen wäre eigentlich auch gar nicht so zwider. Oho, ich bin begeistert. Ich nehme mal nicht so viel Schaden an. Was ist da los? Ich verliere weniger Schaden. Das geht aber gar nicht. Bin schon jetzt schon was anderes gewöhnt, was? Alter. Alter, ich tue den Ring der Austauschen. Einfach nur für die Trophäe. Okay, das ist... Ja, hat das mit dem Erdschaden gebeten? Ja, okay. Ich sehe das. Passt. Ist sogar noch ein bisschen besser. Ja, aber auch nur. Moin, Digi. Servus. Grüß dich. Ja, ich weiß sie. Ja, ich habe mir den Namen gemerkt. Ich habe mir den Namen gemerkt. Alles klar. Alles, Paletti. Wie geht es dir so? Ja, ich gehe auf Machtstärkung. Definitiv auf Machtstärkung. Safe. Ich hoffe, dir geht es gut. Schön, dass du einmal vorbeikommen bist. Schön, dass du vorbeikommen bist. Taugt mir. Oh, fein, fein, fein. Ui. Unsere Explosion. Dankeschön, Digi. Dankeschön. Kuss geht raus. Oh, da bin ich gleich übelst motiviert, Alter. Wenn da gleich mal ein Like da am Start ist. Bam. In die Fress, Bitch. So, next. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, bis okay ist das nicht mehr. Alter, ich verliere jetzt wirklich weniger Schaden. Top, Alter. Top. Ich bin schon was anderes, Alter. Ich bin unkomisch, Alter. Wenn ich da jetzt plötzlich so wenig Schaden habe. Alleine, ganz, ganz komisch. Dann bin ich dann wieder so unvorsichtig. Das ist wieder Zwiespalt am Start. Das ist wieder ganz kritisch. Das ist wieder ganz kritisch. So. Okay. Langschwert. Okay, Langschwertschaden haben wir ja nicht. Ich denke, hier ist das mal Langschwert. Raserei. Bonus Schaden. Wenn das mal der gerechte... Ja, dann nehme ich halt einfach die Raser rein. 44%. 44%. Ist ja gar nicht so zwiedern. Nix. Schade, dass ich nur 4% kriege. Schade. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich ja auch wirklich die 4% gespiele. Nee, 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 nee. Du spielst gar nichts. Das Einzige, was ich nicht spiel, ist das in meiner Hose. Und das ist auch schon halbert hin. Oh, nice. Ach, du Hund. Ja, Heilung, Heilung, Digi. Heilung, aufpassen. Sonst bist du gleich wieder schneller, ob du so was glaubst, Alter. Diesmal haben wir es wenigstens auf Pulver 2 geschafft, ohne gleich einmal ob es zu gehen. Ei, 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 ei. Sehr gut. Oh, oh, muss ich hier ausnutzen. Muss ich hier ausnutzen. Das ist jetzt aber ein Klick. Abdepperte. Tschüss. Oh, dauert nicht mehr lang, dauert nicht mehr lang, aber es geht so aus, geht so aus. Sehr schön. Ich wollte das eine vielleicht austauschen, jetzt haben wir ja die Zeit. Start. Wir haben einmal, okay, Schildschaden. Drei Sekunde. Wann immer du ein Lebenstein benutzt, erzeugt Heiliger. Das andere ist das ganz, ganz gute, glaube ich. Jetzt habe ich den Charakter noch immer nicht austauscht. Ich voll trottel. Jetzt, ja, jetzt habe ich, okay, ja, das kann ich nicht austauschen, das kann ich nicht austauschen. Das kann ich austauschen. Schildschaden, ja, schön, gut. Also Schildschaden benutze ich nicht so in dem Fall. Ja, definitiv. Definitiv. Ah, dann geht er wieder auf die Macht. Da liegt eh nichts mehr. Passt. Oh, da wird schon wieder einer raus. Geh mehr ab, geh mehr ab. Ah, sehr schön. Wow, da wollte ich gleich einer einmischen. In dem netten Kämpfchen. Oh, das geht sich aus. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Oder bleib betäubt, oder wenn ich dir das sage, Alter. Bleib betäubt, du geschissen. Ich brauche die gerade. Also man muss sagen, ja, ein paar Upgrades hier, ein paar Upgrades da, Alter. Und man ist schon schön gestärkt für 50. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da gefällt mir sich umso mehr dann wieder auf den Schluss. Und dann wieder so eine richtig kräftige Kiste da wiederkommt. Boah, ich muss dir vorstellen, Alter, bei der anderen Prüfung, Alter, was da für eine geile Kiste kommen müsste, Alter. Puh, das könnte nice werden. Das könnte geil werden. Okay, schauen wir mal. Machtstärken. Großschwert. Fick dich, Alter. Großschwert. Schausflutung mit einem aufgeladenen schweren Angriffen zu verursachen. Ja, dann nehme ich gleich das Erste. Klingt am besten. Gib an Dubai. Gib an Dubai. Oh. Da kommen wir wahrscheinlich wieder ein paar speziellere Wichser. Na, 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 gib ihm, Alter, gib ihm. Yes. Oh, fuck. Wir haben schon genau gewusst, ob du, Alter, wie es mir machen können. Nein, der ist nicht, Hubsgack. Wieso? Definitiv gleich mal auf Fluch gehen. Ich gehe gleich auch mal auf Mutter. Und tschüss. Oh, du kommst nicht wieder, Alter. Immer Hoffnung. Der kommt safe noch mal. Der kommt safe noch mal, der Huren. Hey, 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 bleib ruhig, bleib ruhig. Mach dir den Zungen-Tornado, Alter, wie bei, wie bei American Bay, Alter. Der Huren. Ah, da habe ich schön kassiert. Ich hoffe für dich, dass das jetzt nicht der Schügelhaferer ist. Und das ist der Schügelhaferer. Wieso bist du da, die? Oh, oh, das zahlt sich aus. Yes. Ah, das tut gut. Das tut gut. Es war super, das war nice. Na gut, schauen wir mal. Hey, 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 die Tasche hätte ich aber gern gehabt da unten. Hallo. Werkzeug. Langschwert. Doppelklinge. Ah, dann gehen wir auf Langschwert. In der Hoffnung, da ist der Wicke jetzt mal. Wenn ich mal ein gutes Langschwert erhalte. Damit ich da wirklich mal eine gute Zweitwaffe habe. Oh, oh, ausnutzen, ausnutzen, ausnutzen. Sehr schön. Das ist auch schon fast gefickt. Ha, ha. Oh, süß. Schwachpunkt und weg bist. Oh, nice. Ui, 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 ui. Komm, 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 komm. Einmal. Na, Alter. Schön ausgewichen. Eee, unfairer Wichs am Start. So ein Huren. Einmal. Zweimal. Und lost. Das kannst du dir nicht bringen, Ligi. Kommt mir doch, glaub ich, wir haben ein abgemachtes Drehbuchhalter und da fickt er mich. Ja, 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 na, na, ja, na, keine Ahnung, weißt nicht, legt mich am Arsch. Irgendwas habe ich. Ja, passt. Du, uns fix, Alter. Ich hee dir am Kopf, ich hee dir am Kopf, Alter. Ich schwör auf Mutter. Oh, 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 oh. Einmal, zweimal. Und gescheißen. Mhm. Perfekt. So. Da auch noch. Tschüss, Papa. Du kleiner Bastard. Verdammt, ich konnte es. Äh, der genießt er die Show von dahinter. Das ist der Ärgste von allen. Der kleine Stalker von nebenan, Alter. Der kleine Stalker von nebenan. Der ist der heftigste Wichser. Und der ist ja sowieso... Der, der, der hat schon seine, seine 50 Meter Fernhaltung gekriegt. Nur super. Uh, bald 17, ey. Ja, zahlt sich auch aus. Machen wir ein bisschen. Ich hoffe, da kommt was. Wahrscheinlich wird da eh nix kommen. Ich hab... No, Alter, nein, einmal was Violettes, Alter. Fick dich. Wenn du nein, einmal was Violettes da krieg, Alter. Das... Einfach nur Schmutz. Einfach nur Schmutz. Wah. Brauch ich gleich mal einen Kaffee, Alter. Brauch ich gleich mal einen Kaffee, Alter. Das gibt's ja nicht. Wah. So frechert. Für die scheiße Trophäen, Alter. Vor, Alter. Vor, Alter, fast... Ah, hab ich 40 Schliesseln gehabt, Alter. Schäbhaft gesammelt ist, das jenes, Alter. Und jetzt krieg ich nur Scheiße und... ...gib's einmal aus. Wollen wir nicht zu geizig, Alter. Dann muss man trotzdem einmal 10 aufheben. 10 muss ich mir auf alle Fälle aufheben. Einmal ein gutes Upgrade hier, einmal ein gutes Upgrade da, Alter. Und man kann schon die 49 locker flockig machen, Alter. Und die 50 wird uns so ein bisschen das Knack brechen, hab ich das Gefühl. Komm, irgendwas Gutes, irgendwas Gutes. Komm, 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 komm. Langschwert. Na, 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 na. Auf dem Blödsinn lass ich mich rein, Alter. Ich geh jetzt einfach auf Verstärkung. Fick dich einfach, fick dich. Auf das lass ich mich nicht mehr. Aber sowas von. Ich muss doch urviel upgraden. Extrem viel upgraden, weil ich einfach viel zu viel, viel zu wenig Elektrum krieg. Das ist halt die Währung, mit dem es zollst. Alter, das ist einfach nur ein mieses. Miese Nummer. Fui, Alter. Ohne Ende. Und jetzt, Alter, wo es einmal wirklich wichtig ist, wo es da vielleicht sogar deine epischen Sachen so alles hast, bist du einfach, du verlierst alles, Alter. Du machst einmal eine Stunde Session, Alter. Und verbrauchst schon nur für ein Level ab, Alter. Oder für zwei. Wow. Alles. Das ist ja wirklich krank, Alter. Aber ich muss schon sagen, wir haben jetzt wirklich ein bisschen Elektrum haben wir jetzt schon gekriegt. Also das muss man schon sagen. Also. Also der Turm hat schon geholfen. Aber dennoch. Dennoch ist eine miese Nummer. Ja. Das ist das. Das ist extrem, Alter. Das war früher nicht so. Die haben ja das Upgrade rausgebracht, das Primal Update, wo es sogar quasi diese Aufstiege heißt. Das ist das. Ich sollte lieber besser aufs Kämpfchen aufpassen, als wie aufs alles andere. Aber ist ja wurscht. Und seitdem haben sie das Spiel noch schwieriger gemacht. Ich bin ja da, da bin ich ja gegangen, Alter, wie nix, Alter. Das habe ich so gemacht, normalerweise. Das ist ja die Baby-Version von Turm der Prüfung. Normalerweise habe ich ja die andere Prüfung auch schon bis sieben oder acht geschafft. Aber dann haben sie das Upgrade rausgebracht, Alter. Und dann haben sie mit der Trophäe gemacht. Mit mir. Mit mir und der Trophäe. Nein, 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 Digi. Du kriegst nicht so schnell die Platine, Alter. Du kannst jetzt noch Schepra fluten, so quasi. Die haben ja so richtig einen reingeschissen, Alter, mit dem Primal Update. Aber ist eh geil. Weißt du eh. Ist eh geil. Aber dennoch. Ein bisschen Beschwerde muss ich da schon machen. Die haben es so schwierig gemacht, jetzt auch. Da hätten sie einfach eine noch bessere Version von Turm der Prüfung ruhig machen können. Meiner Meinung nach. So, dass du sagst, in jedem Gebiet Erde, Wasser, Luft ist ein Turm der Prüfung. Und da ist es halt immer wieder schwieriger, schwieriger, schwieriger. Oh, wir sind schon 17. Zahlt sich schon, Alter. Zwei Upgrades. Da gehen wir dann auf die Macht. Schon wieder ein Möchtegern-Huhen-Sohn. Der ist gleich mal gefickt, das Fuck. Da kommt ein Neucher und ist gleich hier, Alter. Ist gleich hier. Hat sie ausgezahlt. Hat sie ausgezahlt. Aber man muss trotzdem sagen, ein starker Unterschied ist jetzt schon drin. Ein starker Unterschied ist wirklich schon drin. Also wir haben da ein, zwei Upgrades gemacht, dann passt das. Wenn wir dann auch noch das auf episch machen würden, dann sieht man dann sicher schon den Unterschied. Das sieht man sicher dann schon stark. Und dann haben wir wirklich auf nice ein, zwei geile Upgrades gemacht und tschüss, baba. Wow, wow, oh ja, oh ja, oh ja, nicht den Ernst. Wie soll ich einen scheiß verfickten, unsichtbaren Hurensohnmeier machen, wenn er nicht einmal Schaden annimmt? So eine scheiß Missgeburt. Bringt sich neid einmal der Fluch was? Ah, kann man jetzt ja auch nicht deppert, oder? Wow, wow. Ich habe ja gesagt, kann man jetzt bloß nicht deppert. Oh, jetzt hätte ich ihn richtig schön gehabt, glaube ich. Ich glaube, jetzt hätte ich ihn richtig schön gehabt. Aber was soll ich? Hauptsache wir kriegen unsere Schlüssel zusammen, unsere drei Schlüssel. Das ist mir wichtiger. Wow. Okay, okidoki, ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Du meinst das ernst? Die gehen wenigstens auf die Schilligmeier. Billika, XP, Booster. Ah, du Hund. Wow. Jetzt, jetzt wäre schon Ende Gelände gewesen normalerweise. Jetzt hätte ich schon... Puh, jetzt habe ich Glück gehabt. Ha. Puh, voll in die Füße. Perfekt. Dunkle drei Schlüssel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann gehen wir mal auf den Aufstieg. Ja, definitiv die Macht. Die Macht ist mit uns. Da bin ich nicht zufällig aber bei dem jetzt mehr, gell? Naja, das geht leider nix. Da geht leider nix weiter. Es wäre aber klar, wenn ich da was machen hätte können. Oh, Alter. Alter. Oh. Oh. Ja, ich habe letztens Ehre. Ich schaffe es jetzt mit der Bogenschütze schon, äh, Chaos Level 5. Muss aber dazu sagen, ich habe es dann probiert gehabt. Ähm, auf Chaos Level 10 vergesst, nicht einmal die Kleinen. Da ist ein großer, also da ist ein Champion gekommen, der hat mir eine gepforzelt hinwoll. Ich war so hin. Ich war so fetzel hin, Alter. Der hat einmal gepforzelt hinwoll. Das war Wahnsinn, Alter. Bam, Alter. Schönes Ding, schönes Ding. Durch, dass wir eh nix wirklich jetzt großartiges, besonderes haben. Warten wir mal auf 20. Dann tun wir upgraden wieder. Damit sich das so wieder so richtig schön auszahlt. Das finde ich geil, Alter. Das finde ich geil, Alter. Das haben es wirklich gut gemacht, Alter. Das Primal Update. Man kann sagen, was man will. Auch wenn ich mich jetzt wieder beschwere, weil der Schwierigkeitsgrad höher geworden ist. Das macht umso mehr Spielspaß. Aber ich finde das schon super, dass sie dieses Primal Ding reingebracht haben. Schwieriger Content, neuer Loot, etc. Angepasster Loot. Ist schon gut gemacht. Haben es wirklich gut gemacht. Kann man sagen, was man will. Auch wenn ich mich ständig beschwere. Ui. 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 Okay, ist aber nur der Banner. Also, wenn es nur der Banner ist, das ist okay. Ist eh Gott sei Dank nur der Banner. Sonst wäre es ein bisschen Arsch geworden. Komm, Ding. Komm. Meier. Na komm, ihr Bulli. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Willst du es jetzt wissen oder nicht? Ah, und wie ihr es wissen wollt. Ich wollte es schon weggehen. Ha. Genau den richtigen erwischt. Aber genau den richtigen. Bulli, komm. Wieso hast du das nicht gekontert? Du Huren. Tschüss. Jetzt liegt. Was liegt, das piekt und wird gefickt. Ah, physisch oder Widerstand? Maximaler Widerstand. Brandy Gegend in der Nähe, war niemand an Lebensstern. Ah, nutzt an Lebensstern. Heit alle Krankheiten. Neh, nehme ich das erste. Passt. Hab ich eh nix liegen gelassen? Normalerweise nicht. Ah, nah. Nah. Ist schon gut so. Aber man merkt, großer Fortschritt ist dann doch. Ist dann doch da. Vorher bin ich mir schon schwer da bei Prüfung 1, 2 und 3. Und jetzt gehe ich schon locker durch bei 7, Alter. Ohne irgendwas. Außer halt natürlich bei Bossgegnern. Da ist natürlich halt. Da ist halt dann noch immer kritisch. Da ist halt noch immer kritisch. Aber es sind ja die Boss. Sind die Boss. Das ist eh klar. Was verlange ich da wieder von meinem Charakter? Bam. Der hat was gefressen, oder? Der Beste. Ohlala, Alter. Probier doch. Probier doch. Probier doch. Probier doch. Ja, sexy. 18er lässt grüßen, Alter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, der ist geflogen. Bist narrisch. Der ist jetzt geflogen. Oh, Vitalitätsstärkung. Ja, ja, definitiv. Definitiv. Da kann ich mich nicht beschweren. Wieder Banner. Oh, Gott sei Dank. Scheiße, Banner. Ich muss nur schauen, dass ich den Anführer erledigt habe. Es ist wichtig. Der andere ist scheißegal. Oh, ich habe 9% Zucker. Oh, wieso habe ich plötzlich 9%? Das liegt aber an der Prüfung, glaube ich. Ich glaube, das liegt aber an der Prüfung, dass ich dann 9% habe. Oh, das ist klar. Nix. Da komm mir, Dickerchen. Einmal Gift und tschüss. Also Fluch, ja. Fluch, ja. Geht sie aus, Digi? Geht sie aus? Wow. 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 Jetzt aber wissen, oder? Ich mache eine Spezialattacke, ich mache eine Spezialattacke. Ja. Spezialattacke und tschüss. Der war einmal. Aha. Schebrafei sammeln, Alter. Digi, Schebrafei sammeln. War ich nicht schon vor 18? Ich büte mir ein, dass ich schon vor 18 war. Ich büte mir schwer ein, dass ich schon vor 18 war. Aber na gut. Passt. Ist in Ordnung. Passt. Perfekt. Oder vielleicht habe ich extrem gehofft, dass ich auf 14 bin. Nur bin ich es da nicht. Gewurren. Los. Oh, sogar zwei. Ja, definitiv. Definitiv. Aha. Klingt auch interessant. Klingt sehr interessant. 11% sind 11%, Alter. Gerade mit diesen Roten, Alter. Die ficken mich, Alter. Die ficken mich so dermaßen. Jetzt kann ich dann auch schon langsam wieder ein bisschen was ausgeben. Jetzt sind wir schon wieder bei Prüfung. Wie viel kriege ich? Oh, eh wieder vier, Alter. Schau dir das auch, Alter. Kriege ich schon wieder vier, Alter. Wie gesagt, das ist das Rote. Warte, warte, warte. Schmiedel. Jo, jo, nice. Eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. Wo ist der? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hat sich schon wieder ausgesetzt. Ich meine, umso schneller auf unsere Vierer-Schlüsseln. Geht's ja aus, Alter. Der geht's hin. Na komm, na komm, na komm. Ich sehe auch hier schon vom Weiden, dass du das probieren müsstest. Ja, da gehst du aber nicht instant. Na ja, das ist zart. Wie würde ich irgendwas Mächtiges daherbeschweren? Hohohoho. Nein, ich bin gespannt. Stangenwaffe, Verstärkung. Ja, da kann ich... Ja, das ist ja einfach schon eine Verlockung, Alter. Das ist ja schon... Komm, Brudi, komm. Du willst das Epische. Ich weiß es. Die fordern mich ja schon heraus, dass ich das Epische nehme.